Gemüseanbau bedeutet heutzutage voll durch organisiertes Arbeiten. Wie in jedem Wirtschaftsunternehmen müssen die Knublausländer Bauern darauf achten, genügend Geld mit dem Gemüseverkauf zu verdienen. Weil sie sich auf den Gemüsebau spezialisiert haben, lohnt es sich für sie, besondere Maschinen für ihre Arbeit anzuschaffen. Mit modernen Anbaumethoden ernten die Gemüsebauern heute auf gleicher Fläche wesentlich mehr als früher. So arbeiten sie besonders effektiv und können ihre Produkte zu einem günstigeren Preis anbieten. In der Theorie klingt das ja alles sehr schön, aber ich wollte mir das Ganze mal live anziehen. Deshalb bin ich ins Knublausland gefahren und habe mir dort von den Gemüsebauern zeigen lassen, wie sie arbeiten. Wir stehen jetzt hier am Acker von Peter Höfler und lassen uns jetzt mal den Freilandanbau erklären. Und neben mir steht auch schon Peter. Servus, grüß dich. Da hinten geht es jetzt schon ziemlich rund. Was machen die denn da jetzt eigentlich? Die pflanzen gerade Salat. Welche Sorte genau? Das ist eine Idee für einen Salat, was wir jetzt pflanzen. Und wo kommt diese Jungpflanze her? Die kaufen wir vom Betrieb Bayer. Der ist auch hier im Knublausland. Und der produziert für uns die Jungpflanze. Und wann erntet ihr immer? Wir fangen mit dem Anbau an so Ende Februar, Anfang März. Und ab Anfang Mai wird dann geerntet. Und das eigentlich wöchentlich ziehen wir das die ganze Saison durch bis im November. Was sind jetzt die einzelnen Stationen, bis der Salat letztendlich geerntet werden kann? Ja, anfangen tut es eigentlich damit, dass man das Pflanzbeet vorbereitet. Da wird der Boden schön krümelig gemacht, dass die Pflanze schön anwachsen kann. Dabei wird gleichzeitig die Spur gezogen, wo dann später die Pflanzmaschine drin läuft. Und natürlich gedüngt. Und das machen wir ja alles bedarfsgerecht. Bei unserer heutigen Technik, teilweise mit Computer, wird genau so viel gedüngt, wie der Salat auch wirklich braucht. Das kann man alles schön sauber einstellen. Ja, und dann geht es mit der Pflanzung los. Da werden die Pflanzen in einem schönen, gleichmäßigen Abstand über so ein Band abgesetzt. Und dann dauert es vielleicht zwei, drei Wochen, bis die Pflanze richtig fest angewachsen ist. Da muss sie schön regelmäßig bewässert werden, damit der Topf nicht austrocknet und die Pflanze nicht schwelgt. Und dann müssen wir natürlich auch Pflanzenschutz betreiben. Da lassen wir uns dann von unserem Beratering unterstützend beraten. Und die informieren uns immer, wenn Schadschwellen überschritten worden sind, damit wir nicht unnötig spritzen, sondern nur, was gerade notwendig ist. Was sind Schadschwellen? Ja, der Berater schaut nach, wie viele Läuse zum Beispiel im Salat sitzen und wegen einer Laus brauche ich noch nicht spritzen. Aber er hat an manchen Ecken mehrere gefunden und dann gibt er Warnhinweise an uns raus und sagt, Bauern, passt auf, die Läuse nehmen überhand, dann müsst ihr was dagegen tun. Dann muss natürlich gegen das Unkraut was gemacht werden. Da wird mit einer Rollhacke der Boden zwischen den Kulturen aufgelockert und das Unkraut dabei kaputt gemacht. Und dann so nach vier, fünf, sechs Wochen, je nach Witterung, ist der Salat reif zur Ernte. Und danach müssen dann die Erntestände wieder eingearbeitet werden. Und dann kann das ganze Spiel wieder von vorne beginnen. Hätte ich ja gar nicht gedacht. Der Salat wird schon vor dem Pflanzen gedüngt. Und der Traktor hat einen Computer zum Dosieren des Düngers. Die Pflanzenschutzmittel werden erst dann ausgebracht, wenn der Ringberater Läuse und Co. auf dem Gemüse entdeckt. Salat gibt es im Knoblausland von März bis November. Ungefähr fünf Wochen nach dem Pflanzen ist er reif. Und dann wird die ganze Zeit durchgeerntet. Was ist denn jetzt das da für Rohr? Könnt ihr da Flüsterpost machen? Das dient der Bewässerung. Mit den Rohren und mit den Kreisregnern bewässern wir die Freilandkulturen. Da ist alle 18 Meter Kreisregner montiert. Kreisregner heißt, der kann sich im Kreis drehen? Ja, genau. Der wird über die Feder und über den Wasserdruck praktisch angetrieben. Können wir mal runter montieren? Kein Motor sozusagen? Über ein Stecksystem. Da ist eine Dichtung drin. Wird nur aufgesetzt, festdreht und der Wasserdruck bewegt den dann. Warum muss man eigentlich bewässern? Hier im Knoblausland haben wir relativ leichte Sandböden. Das siehst du hier. Und die speichern das Wasser nicht so gut wie Lehmböden. Deswegen müssen wir relativ oft bewässern, um die Pflanze gut zu versorgen. Und wo kommt das Wasser her? Aus der normalen Leitung? Nein, wir haben hier ein Speicherbecken. Schau mal. Da hinten. Da wird jetzt zwischengespeichert. Aha. Im Knoblausland läuft das Regenwasser also durch den lockeren Sandboden. Deshalb müssen die Bauern bewässern. Wenn die Pflanzen genügend Wasser haben, wachsen sie besser und bringen eine höhere Ernte. Das Wasser wird in großen Speicherbecken gesammelt und dann über Rohrleitungen auf die Felder verteilt. Wie der Freilandanbau funktioniert, das haben wir uns ja schon angeschaut. Aber einige Gemüsesorten werden auch im Gewächshaus angebaut. Und der Mann, der uns wahrscheinlich viel dazu erzählen kann, der steht neben mir. Der Stefan Schatzer. Grüß dich Stefan. Hallo Felix. Jetzt stehen wir hier am Berg und haben einen wunderschönen Blick auf die Gewächshäuser von euch da drunten. Warum gibt es denn überhaupt Gewächshäuser? Gewächshäuser von uns gibt es deswegen, weil es eben gestimmte Gemüsearten gibt, die sie im Wärme mögen. Eine Tomate, eine Gurke oder eine Paprika, die braucht immer seine 20, 22 Grad. Und das haben wir eben im Freiland oder in der freien Natur von uns nicht gegeben. Seit wann gibt es Gewächshäuser? Gewächshäuser gibt es schon seit die 60er Jahre, gibt es schon die ersten Gewächshäuser im Knoblauchsland. Und wie hoch ist so der Anteil von Gewächshäusern im Vergleich zum Freiland? Für uns im Knoblauchsland, da haben wir so 5 Prozent. Wir haben etwa 50 Hektar Gewächshausfläche, das sind so 70 Fußballfelder groß. Und der Freilandanbau ist so circa 1000 Hektar. Und was habt ihr jetzt da unten alles drin im Gewächshäusern? Da im Gewächshaus haben wir jetzt eine Tomaten und Gurken drin und das schauen wir uns jetzt einmal an. Ja, wunderbar. Also Stefan, du hast uns ja jetzt schon erzählt, dass hauptsächlich Tomaten, Gurken und Paprika angepflanzt werden. Warum ist das denn so? Ja, weil eben die Nachfrage an regionalen Fruchtgemüse in letzter Zeit stark zugenommen haben. Und darum werden eben verstärkt Tomaten und auch Gurken im Gewächshaus angebaut. Und wie lange dauert es jetzt, wenn ich jetzt die Pflanze einpflanze, bis ich dann tatsächlich die fertige Tomate ernten kann? Eine Tomate, da kommt so eine 40 Zentimeter große Pflanze, die wird zugekauft. Die wird dann im Januar gepflanzt und vom März bis Mitte November wird täglich geerntet, dass wir immer frisch die Ware ausliefern können. Wie kommen jetzt eigentlich die Früchte ins Gewächshaus? Also die Tomaten werden in Berlidde angebaut. Was ist das? Berlidde, das ist ein erhitztes Vulkangestein. Das zeige ich dir jetzt einmal. Schneiden wir mal da auf. Und da drin macht dann die Pflanze ihre Wurzeln. Und das Berlidde, das ist vergleichbar mit der Hydrokultur, für die Blumen zu Hause im Wohnzimmer. Okay, also diese roten kleinen Steine da. Genau. Das speichert das Wasser und die Nährstoffe und dann kannst du die Pflanze über die Wurzeln eben aufnehmen, wenn es das braucht. Mit jedem Gießen, wo das Wasser hier oben durch die Tropfeln kommt. Ah, da kommt Wasser raus, okay. Okay, das ist jetzt Wasser mit Dünger. Das ist Wasser mit Dünger, genau. Und wie oft Wasser geben wird, das wird gesteuert über den Computer. Je nachdem, wie viel Licht wir am Tag haben, wie stark die Sonne scheint, umso mehr Wasser braucht natürlich auch die Pflanze. Die ersten Knoblauchsländer-Gewächshäuser sind in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts entstanden. Im Gewächshaus können auch Tomaten von März bis November angebaut werden. Sonst gäbe es bei uns nur ein paar Wochen Erntezeit. Die Tomaten wachsen im Gewächshaus auf Perlittesäcken. Das ist so etwas Ähnliches wie die roten Steinchen in unseren Blumentöpfen. Jetzt haben wir ja schon einen konventionellen Betrieb gesehen und jetzt sind wir in einem Bio-Topfkräuterbetrieb. Hallo Rudi, grüß dich. Hi Felix, servus. Schön, dass du da bist. Was heißt denn Bio jetzt in eurem Betrieb? Also Bio-Topfkräuteranbau bedeutet für uns Verzicht auf chemischen Pflanzenschutz, bedeutet für uns Nutzlingseinsatz. Und bevor man eigentlich biologisch produziert, muss ich erst mal im Kopf losgehen. Man muss bereit sein, das zu machen. Man muss auch bereit sein, Verluste einzustecken. Und dann auch die Zeit, den Mehraufwand zu opfern, um das zu machen. Zum Beispiel dürfen wir keinen chemischen Pflanzenschutz machen und keine synthetischen Dünger einsetzen. Wir sind angewiesen auf Nutzlinge, auf Pflanzenstärkungsmittel, die die Pflanze im Vorfeld stärken. Wir können ja nicht, wenn es krank ist, spritzen, dass das wieder gesund wird, sondern wir müssen im Vorfeld der Pflanze einen Schal anziehen, das kein Husten kriegt. Und vom Dünger ist es ähnlich. Wir können ja nur auf organische Dünger zurückgreifen oder auf Dünger wie ein Kalch, der so abgebaut wird, wie wir verarbeiten dürfen. Und der konventionelle kann halt auf die klassischen konventionellen Dünger zurückgreifen. Die Spezialisierung im Knoblauchsland, die wird immer ärger. Früher hat jeder alles gemacht. Da hat jeder ein Queckshaus gehabt, jeder ein wenig was im Freiland gehabt. Und da die Technik für die verschiedenen Kulturen immer aufwendiger wird, geht der Trend dahin, dass der eine Betrieb nur noch unter Glas Gurken und Tomaten produziert. Oder Tomaten und Paprika. Der andere macht hauptsächlich im Freiland Salate, der andere macht im Freiland Rettich und Blumenkohl. Und wir haben uns so ungefähr vor zehn Jahren auf Kräuter spezialisiert. Wir haben davor auch noch ein wenig Schnittkräuter gemacht und jetzt machen wir nur noch Topfkräuter. Der Grund ist der, die Kulturführung wird auch immer schwerer. Man muss schauen, dass man eine gute Qualität produziert. Und das kann man eigentlich nur machen, wenn man sich auf ganz wenige Kulturen spezialisiert. Wenn man sich dann als Betriebsleiter mal für eine Kultur entschieden hat, dann tut man sich auch schwer zu wechseln, weil die Technik so aufwendig ist. Man kann ja nicht einfach sagen, Tische raus, Tomaten rein, funktioniert nicht. Und die Kultur, für die man sich entschieden hat, die probieren wir dann auch so gut wie möglich zu machen. Erstens nochmal mit Qualität und Geschmack. Das ist wichtig. Aber für uns als Betrieb ist es auch noch wichtig, dass wir einen hohen Ertrag haben, dass wir nicht so viele Ausfälle haben, dass wir gute Erntemengen haben und wenig Ausschuss, damit sich die teure Technik auch so effektiv wie möglich genutzt wird. So ist das also. Biopflanzen bekommen Stärkungsmittel, damit sie erst gar nicht krank werden. Also wie ein Schal für Topfkräuter. Für die gesamte Pflanzenbehandlung gibt es beim Biobetrieb nur Stoffe, die es auch in der Natur gibt. Aber deswegen sind Biobetriebe nicht von gestern. Auch sie steigern ihre Erträge mit speziellen Maschinen und modernen Anbaumethoden. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.